guten abend guten morgen oder gute nacht je nachdem was ihr gerade habt ich habe gerade nacht habe also nachtwache macht die nacht durch also wo wir mal was wir hier so kriegen im kriegen zum liebten zu sein und ich habe beschlossen dass wenn jetzt die es wieder kommen sollten ich erstmal nach hause fahrt und die sachen ableg und erst mal ja mich heil und wieder alles ableg ab vielleicht was baue um die ressourcen zu verbrauchen wir haben jetzt so viel gekriegt ist da ist nichts damit auch mit sogar ist immer gut den kann ich mal wieder nicht öffnen zucker natürlich zucker natürlich was können wir mit zucker machen ich habe keine ahnung zu hier ja alles sehr gut nein nein gut das kann man natürlich nicht mehr nehmen da rein warum auch ja gut vielleicht können wir die anderen damit ausstatten wenn wir leute finden was ja gehen soll aber es ist ja will ich haben wenn wir andere leute finden dass die damit ausgerüstet werden können ich habe ja was vergessen genauso wie das ich kann ja noch hoch alles mit ich kann sagen es wird aber nachts oh zwei sogar drei sogar okay damit es jetzt immer gut ist zu bedeuten also gucken wir mal spende im schlafzimmer kranker geschmackig was für kranke leute haben hier gewohnt torte mit ja ich will sagen ich muss erst mal einmal ganz kurz gucken und waren noch 2,8 prozent das heißt die nächste tür wird nicht mehr aufgehen oder sie ist dann kaputt rober ist kaputt das ist gar nicht so schlecht weil dann kann ich da noch Platz weg holen das war nein ja danke nichts da ist nichts Laptop Laptop so da habe ich geparkt was schon waaah meine gute ey ich muss sowieso mal was trinken ähm ähm trinken laptop So, die Grover kommt dann wieder mit, dann kann das Wasser rein, das Wasser rein, das kann rein, vier kann rein, das kann rein, das kann rein und das kann rein, alter. Den Platz haben wir echt nicht mehr, Alter, wie geil, so was nimmt man noch mit, gut, geht weiter, oh, ist noch ein Auto, ich denke mal nach den beiden Häusern werde ich umdrehen, da, ich verkasse, kommst du da nicht durch, oder was, weil wir einfach voll sind, wir sind einfach voll, wir können nichts mehr tragen, vergiss es, das mache ich jetzt nicht, nicht im Dunkeln, das kannst du vergessen, gut, hier könnte ich zwar noch was reintun, aber irgendwie, nein danke, nein danke, angehen, okay, alter, wie sauber, das ist mal ganz schön sauber, so, also im Gegensatz zu den anderen, klar, ein bisschen unaufgeräumt, aber alles in allem, Zucker, Zucker, oh, Salz, Zucker, 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 in Riegel, ja gut, das ist auch nicht geschickt, wie Zucker, Zucker will ich, Zucker, immer wieder, Zucker, Zucker, hier war ja nichts, da, oh, Nebel kommt, Nebel kommt, Nebel kommt, Wasserflasche, Axt, what? Zum Glück ist ja alles zu, nur ganz kurz, ich dachte nämlich, das sind welche, der lässt sich öffnen, das ist alles gut, Alter, das hat sich grad so angedacht, als ob da jemand, unten reinkommt, die Tür, oh, Oh, fertig kurz, Gänsehaut, ey, so, hoffentlich, dass die mal so laut ist, ey, war doch jemand, der wird grad fast geklappt, klar, achso, ja, ein Doppeltisch, klar, warum nicht, Doppeltisch ist auch was, freilich, ne, mein Jön, die kann auch nichts, ich weiß noch nicht, ja, kann ich mir vielleicht noch einen reinschmeißen, nicht, in zwölf Stunden, na super, so, wir saven wieder, und gehen dann da in, in dieses, das waren dann halt auch, das noch, und dann, ja, und dann das noch, ah, alles klar, Zappen wir jetzt mal Benzin an, ab, so, hinten drin, ne Coke, was wir gerade trinken, so, ja, das nehmen wir doch mit, so, oh, okay, ne, wir müssen, komm, wir müssen, das ist voll, und ich glaub, mehr krieg ich ins Auto nicht rein, da ist auch ein, acht Liter sind da drin, sechs Liter, oh, ich kann natürlich mal versuchen, mal gucken, äh, für den Tank, okay, das geht, das ist gut, 36 Liter, das heißt, ich kann wieder, okay, dann zappen wir immer wieder ab, das ist sehr gut, da haben wir nichts, da haben wir noch acht Liter, alter, ist ja gleich wieder voll, wen hab ich da jetzt drin, 14 Liter, Liter, da sind neu, da hab ich schon rausgeholt, da ist nichts, da war nichts, da war noch ein Liter, üblich gelassen ab, aber hier sind überall Zombies, Alter, 1, 2, 3 Häuser noch, LKW, sag mal, oh, schade, ich dachte, man kann jetzt einen LKW fahren, oh, alles klar, weißt du was, wir haben, ne, sowieso ein bisschen Hunger, dann nehmen wir den, und dann fahren wir nach Hause, alle sind voll, und die restlichen drei Häuser, die machen wir dann später, dann können wir wenigstens von hier aus gleich weiter, dann können wir uns auch mal aufladen, ich muss hier sowieso nachladen, ich muss sowieso noch mal hier hin, ich hab keinen Platz mehr, ja, gut, auf geht's nach Hause, dann kommen wir gleich hier, und dann geht das Lupen weiter, vielleicht haben wir auch dann, die Fußposten dann weg, und Sprung, natürlich nicht, scheiße, wir kommen jetzt auf, ja, warte mal, das ist doch, ich war doch, ich bin doch, uh, da und da, ich sehe gar nichts, da bin ich irgendwie runter, da, hier, mit dieser Kasse, ah, alter, oh, Glück gehabt, okay, eine Sache muss ich auch noch machen, ich komme da nicht hoch, und im Dunkeln sehe ich nichts, na gut, okay, komm, wir müssen zurück, irgendwie, jedenfalls, mal gucken, wie wir zurückkommen, weil ich schon wieder, der Zettlager verschwindet, total wie ich, wer baut ihn hier so hat, hier fahren Leute fahren auch normal, da habe ich eigentlich keine Hupe, ey, da habe ich eigentlich keine Hupe, ey, warum komm mal, ja, ich glaube, hier lang ging das, ich habe gerade keinen Plan, wo ich bin, ne, ich habe gerade wirklich keinen Plan, wo ich bin, ich fahre gerade eher nach, Gefühl, ja, hier ist sie sehr schön, oh, geil, oder wo nicht, äh, wo ist das, hä, scheiße man, wo bin ich hier, was, shit, aber was, wo, zum Teufel, bin ich hier, ganz ehrlich, dann wird das doch, was ist das hier, ich hoffe, dass da ist die Straße, ey, hier bin ich auf jeden Fall falsch, oder, bin doch viel zu weit, ja, klar, klar, boah, scheiße, ich bin sonst immer noch gut gefahren, also die Polarwisch, nein doch, hier müsste jetzt gleich mein Haus sein, nicht, ah, da hinten, sehr gut, boah, endlich, Alter, boah, bin ich froh, wieder hier zu sein, ey, ganz ehrlich, ich spreche erstmal, ich habe keine Ahnung, wo ich da hinten war, Alter, boah, ich gehe erstmal schlafen, wie spät einmal das, 12 Jahre, ich gehe erstmal schlafen, damit ich überhaupt wieder was sehe, so, ich denke mal, acht Stunden reichen, Bröt, äh, reichen, ja, super, boah, okay, ähm, so, Amo, 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 wenn wir hier was stecken, alles klar, noch mein Amo hier, haben wir, die müssen wir gleich mal nachladen, 6, laden wir nach, ähm, achso, ja, habe ich reingetan, da, da ist ich okay, dann kommen wir, die ist mal wieder weg, haben wir noch was, haben wir nicht, da, nein, da, ja, die Axt, zack, unser Rad noch genug, sonst noch irgendwas, der Helm kann, warte mal, der Helm kann hier mit rein, ist ja, ne, warte, hab ich jetzt die Kleidung drin, da, ne, ja, nimm da, ach, was haben wir hier drin, ne, hab ich hier sonst immer drin gehabt, Leiter Platin, hm, Verband muss ich sowieso wieder mitnehmen, oh, ich sollte jetzt mal was essen, weil ich das ja wieder kann, glaub das, oh, das Fleisch, ja, ich bin durstig, ei, 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 so, was sieht jetzt aus, ja, ich bin der Helm, ich weiß, selbst trinkst du jetzt, bis nichts mehr geht, sehr gut, haben wir noch die, du bist du mich jetzt, ne, ah, jetzt geht er wieder hoch, sehr schön, hallo, ja, so hat der salz kann gleich viel alkohol gefunden den kann man auch nicht stecken ja super flaschen sogar mit sogar dass wir brauchen und zwar wir essen und zwar nur für diese scheiß riegel da das können wir nicht brauchen das auch nicht nein wir brauchen sowas aber wir brauchen was mit hier Platz so some items so many items large container ich glaube so einen mache ich mir mal ich habe ja noch ein zander und wenn dann wir können ja noch was schmelzen also was das nehme ich mir als als kühlschrank stell dir meinen kühlschrank mal hin hier so so ne gleich hin das ist auch wo schwer 4 holz 4 scraps ne 4 holz 8 scraps 8 komponente und 8 komponentes und das kommt da hin die schraube rein drehen ich die nicht rausgeholt oh was war denn sorry habe ich nicht gesehen so hier passt er rein okay okay da muss eigentlich das rein was ich nicht stacken kann kann ich stacken kann ich nicht stacken auch nicht stacken auch nicht stacken also das war ja das kann ja nicht so bleiben weil einer kohle schon so dann zapp ich mir mal eben wasser ab dann ist das auch erledigt eine minute schön voll nochmal schön ist voll nochmal sehr gut ist voll schön das ist aber das gute bei diesem spiel man muss nicht ständig essen es reicht mal zu essen bei anderen spielen ist es immer dasselbe dass man immer hunger hat oder immer dorst gerade bei spielen wo man die noch die die noch in der mache sind quasi es ist oft so dass man einfach nur jeden schutz essen muss wir haben ja noch unseren wir haben unseren nicht mehr das geht aber dahin so land haben wir trotzdem noch so dann der rest bitte ach du scheiße haben wir viel ach du scheiße haben wir viel gefunden das geht nicht ich brauche ich brauche mehr stauraum ja fuck ähm wie viel kostet denn die roten diese kosten genauso viel ne hier 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 ja logger dann machen wir hier mal eine rote band ne und ich habe gesagt wir machen eine rote band zack da kommt noch einer hin wir haben ja so viel gesammelt also ganz ehrlich kann man sagen wir mal so was können ist es falsch rum ne der ist richtig rum ähm das 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 noch eine noch eine ne ne kommt schon man kommt schon jetzt wird es jetzt wird es mich ärgern oder so man gut dass ich nie übertreibe so fünf schräge das wird ja wohl reichen wir brauchen vier mal fünf also 20 komponenten ähm ähm pfff 15 15 äh äh pfff ach komm hier zack 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 ähm vier metade squares das heißt auch 90 ich nirgendwo locker alter 9 links drauf wenn man wenn man wenn man nur hier die tippen dieser und ich würde sagen, den Rest den mache ich auf Screen weil ihr müsst das jetzt nicht alles mit ansehen das mache ich jetzt einfach schnell Folgenende und in der nächsten Folge geben wir dann ja, die anderen Hose-Luben ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn das mehr oder weniger ist ok aber wir sehen uns, bis dann und ciao